Hast du diesen Befehl gegeben? Unsere Soldaten haben dem Arbeiterviertel ein Blutbad angerichtet. Franz, du bist dabei, dein Volk zu verlieren. Es gab überall Tote. Und es wird noch weitere Tote geben. Meine Männer haben ein paar Arbeiter gefangen genommen, bei denen Waffen aus unserem Arsenal gefunden wurden. Waffen, die du hättest finden sollen! Ich werde ein Exempelstatuen und drei von ihnen hängen lassen. Weißt du, wer ihr Anführer ist? Hast du mir irgendetwas zu sagen?